Okay, Herrschaften. Herzliches Willkommen zurück zu Card Hunter. Lass mich noch einmal kurz da reingehen. Wir haben jetzt Level 5, das erste Level 5 Abenteuer bestanden. Hier gibt es noch ein zweites. Ich glaube wir sind Level 5. Level 5, Level 5, Level 5. Okay. Das passt. Gehen wir weiter. Pizza! Oh, gut. Wieder sowas peinliches. Äh, habe ich eine Delivery Person vor dir. Wow! Was ist das? Oh, Gott. Wir studieren... Oh, Gott. Das ist einfach zu peinlich. Die Schildhaven-Prison ist wohl nigh inescapable, aber Baron Morton hat dich geholfen, um das nicht zu tun zu tun. Deine Mission ist, dass du in die Hörer bestand mit den Hörern und die Barons verabschiedet. Daughter. Na, okay. Die Rewards, um es bei Deutsch mag zu sagen, Are great, but so is the danger. Prepare yourself. Begin your adventure. Äh, where was I? Oh, yes. Baron Daughter Prison Rescue. To arms adventurers. By bribing a groundskeeper, you gain entry to the prison via a conveniently unguarded drain cover. Once inside, you set forth to rescue Baron Morton's daughter, Griselda, from this dank nightmare. Your first obstacle will be a guard lecturing some obnoxious servants. Okay. Nop the laundry, shrieks in panic, bringing your intrusion to the attention of two skilled manned arms. Okay. You're going to need to deal with these guards before they can raise alarm. Okay. Okay. Ah, sehr gut. Der Zwerg hat zweimal Bock gekriegt. Das ist ausgezeichnet. Mit dem Fragile Curse machen wir was? Zweimal Schaden mehr. Das heißt, der Zwerg kann dem Ding mit einem Schlag den Garros machen. Wir haben Telekinese. Da kann man den Zwerg auch noch weiter vorschicken. Er hat ja sogar Stepped. Das ist ja zwei Felder weit. Hm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, verdammt. Verdammt. Das ist aber ärgerlich. Hm. Hm. Das hätte ich nicht gleich machen, sondern verdammt. Was ist das? Können wir den Zwerg rein? Nein. Oh, was ist das? Hörst du auf. Hörst du auf. Eine oder Schwierce. Was kommt dann? Was kann das? Target mir. Ich krieg in dieser Runde. Okay. Hey, was heißt Perry? Das ist ja füß. Und hör auf, meinen armen Zwerg zu killen. Warte mal, mach ich hier die Karte. Ah, Ventile Ticks Damage. Ist vollkommen egal, woher der Damage kommt. Das heisst... Schau, der Zwerg ist weiter... am weitesten vorne. Hm. Nee. Okay. Ah, fang. Komm zurück. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ein bisschen schneller, wenn wir uns hätten. Hm. Hm. Was ist da? Tschü tschü tschü. Okay. Muss das echt sein? Na, vielleicht bleiben sie draußen. Von da an kriegen sie keinen Punkt. Es wäre irgendwie schön, wenn wir mehr Bewegungsdinger kriegen würden. Wie lang wirkt das? Eine Runde nur. Hm. Na okay, bei ihr können wir den Simplest Strike weg tun. Ah, bei dem... Ah, das ist echt schade. Na ja, dann warte ich aus Frenzy. Entzogen. Okay, das ist aber nett. Da ist keiner von denen... ...im... ...im Zielfeld. Das heisst, er kriegt keinen Punkt. Da ist auch der Zielfeld. Wenn er einfach nur Dings... Wenn er einfach nur... Oh, wieder zwei Walks. Das ist aber toll. Bleib da, du... Elender Wurm. Fäcklinge. Komm zurück. Ah, das ist so traurig. Ich muss so tolle Karten wegwerfen. Wo? Du hast in der Leibler Block weg. Ah, das ist so. Der hat eine Entfernung... Ja, wir nehmen den Big Sap weg. Der macht zwar 5 Schaden, aber ich muss auf 2 Entfernung sein. Die sind echt gut, die 2. Wo gehen die? Holy Presence, was macht denn das schnell? Was kann ich das mal holen? Das ist nicht gut. Andererseits hat er keine Magik-Cards. Also das hier. Gut. Gut, 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 gut. So, mit Run kommst du bis hierher. Mit Dash kommst du bis hierher. Und mit Walk kommst du bis hierher. An und für sich. Sie hat eine Reichweite von 6 und sie hat 4. Mit Reichweite 4 können wir die alle schon killen. Wir müssen die... Ah. Das ist nur ein Torwart. Das ist schon ein Torwart dahinter. Ja. Oah! Ha! Das war nicht, A4-Guard ist wieder da. The only way forward. Loud voices can be heard from beyond, okay? Collecten wir den Loot. Vampiric Kiss, Level 4 Epic Divine Item, das klingt ja gut. Was kann das? Vampire's Kiss, for each point of damage this attack does need one. Create a random Vampire card in target's hand, then this card, the oldest card. Okay, ich bin mir gar nicht sicher ob ich da so... Okay, for each point of damage this attack does heal one consuming spare. Und Leona, take two psychic magic damage for each character within two squares. Au! Hm, was kann das? Hot glass stuff. Burning tool duration, das kann Dinge anzünden. Ja, nehmen wir mal. Und das, da gehen wir aber wahrscheinlich... Ja, das ist besser. Huh! Und weiter. Perhaps Karin is chained to her pizza delivery job, just like the Baron's daughter is chained to his jail. Oh, God. The prison is guarded by a brutish company of man-at-arms, who dedicate their lives to administering summary justice to their guests. During their time of duty, they reside here in the guard house to play cards and drink rum. Na bitte, ehrlich Freunde, hier trupe. But the real danger here is the guard dogs. These cowardly beasts are capable of quickly taking down the most capable warrior, if they are allowed to attack from behind. Oh, deswegen sind sie cowardly. Weil sie von hinten... Ah, schon versuch. Be aware, Odor. So, it's not necessary to kill the servants to win. Are you chaotic or lawful? Ich will gar nichts sagen, was ich alles mean, aber... Na gut. Das heißt, wir werden uns zuerst um die Hunde kümmern. Holy presence. Ist gut. Aha. Nein, das bewegen sollten wir nachher machen. Ah. Der hat keinen Angriff, das dockt man gar nicht, also sie eigentlich, das heißt sie. Nein, nein, ich wollte nicht Dash machen, ich wollte walken, ich bin so dumm. Da kann keiner von sich angreifen. Das ist aber nett von ihm. Okay, wir wollen nicht von hinten angegriffen werden, von diesen Hunden offensichtlich. Das heißt am besten wäre es, wir killen den Typen da, dass er uns nicht von hinten angreifen kann. Mit dem Big Zap würden wir den killen. Die zusammenbringen nur neun zusammen, aber mit dem Penetrating Zap haben wir insgesamt... Hmm... Ist wohl schnell. Hmm... Just Rise Alarm. Was fällt da hier ein? So, da machen wir mal einen Skull-Stab. Was? Skillful dodge? Some creatures just dodge all day? Hmm... Vielleicht hätten wir zuerst was kleiner mit was kleinerem Anker. Was? Oh... Das ist aber fies. Hard to pin down. Das heißt Cowardly Attack? Du kannst nicht von hinten angreifen. Die schau dir in die Richtung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht von hinten angreifen kannst. Das kann das Damage erhöhen. Das Damage erhöht das Damage bei 6. If you're behind the car. Na Gott sei Dank, du warst nicht hinter ihr. So, können sich die wohl noch bewegen, diese Hunde? Was ist das? Hard to pin down. So was kennen wir schon. Naja, aber wenn, dann haben sie maximal noch eine Bewegung. Not down. Ah, man kann Hard to pin down auch als Bewegung verwenden. Okay... Aber... Ha! Dieser Hund... Dieser Hund... Was ist Rays Alarm? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ihr Kerle? Was ist Rays Alarm zu Raysen? Ich will gar nicht wissen, was das macht. Calls for help. All other allied groups draw a card. Ah! Ah! Verstehe. So, wir hauen das weg. Ich glaube wir hauen das auch weg. Muss ich mich viel bewegen? Und diese Hunde werden schon zu mir kommen. Naja, okay. Hätten wir das auch erledigt. Oh, ein Simples Strike. Das ging... Sehr gut. Was heißt niemals Strike? Hörst du auf meine süße kleine Zauberin zu attackieren? Recht hier? So sind wir hier! Einmal hier! Sehr gut. Ein Zeit? Der Erst wird den Zauberin gekehrt! Stimmatisch. Ein millennium fiel. Okay, ja, mit denen muss ich mal bestätigen gehen. Hey, mehr Steps. Steps sind vielleicht gar nicht mehr so schlecht für den Typen. Common Divine, Spiked Mail. If this armor prevents damage from a melee attack, the attacker takes two piercing damage. Auch nicht schlecht. Ja, ist auf jeden Fall besser als das. Oh, ist auf jeden Fall nicht besser als das. Hm. Ah, das ist das gleiche wie das, was wir dahin schon haben. Okay, gut. Passt. Whoa! Where do these Blue Manchu Designers get their ideas? I could never come up with this sort of material. Ja, natürlich. Du bist ja nur ein Stereotyp mit Brillen. The Dog Yard is home to a pack of free starving guard dogs, who have been trained to attack strangers on site. Oh, wir sind keine Fremden. Wir kennen uns doch. They are tended to be a feral urchin, and though incapable of speech, he has the audacity to accost you. Make this cure and his charges share the same fate. Okay. I rolled a 12, so you attempt to calm the dogs fail. Possibly, you should have put more points into animal husbandry. Das ist Stecht. Hier gibt es keine Nächten. Verstecke. Oh, Vampiric Kiss. Und Impaler. Was macht das? Penetrating Mini-Tag ist besser. Oh, super. Jetzt habe ich einmal keinen Angriffssauber für sie. Diese Hunde werden schon kommen, nehme ich mal an. Wir machen mal ein Pass. Oh, das sind die Wuschies. Die gehen alle zu ihr. Oh, das ist ein Pass. Vicious Trust. Was kann das? Step one. If you... Sieben Schaden? Oh! Gott sei Dank habe ich den Vampiric Kiss. Wie viel Schaden? Wie viel Helf hast du noch? Drei. Das heißt, wir machen einen Dream Touch. Ich habe mich geheilt. So. Oh, 36 sind leider nur neun Schaden. Hm, schade eigentlich. Kann ich noch irgendwas tun mit den Hunden? Ah. So ist es. Sollte ich mir das vielleicht für nächste Runde aufheben, falls wir noch was machen, mache ich doch glatt. Ja, wir nehmen den Runde aufheben, den wir wegwerfen. Ach Gott. Wo habe ich? Ach, und schon leider nur ein Deans. Gibt es das? Ach, wo die Presence müssen wir machen? Oh. So, das muss man machen. Sehr gut. Na komm schon näher, Hündchen. Ich will echt nicht näher rangehen müssen. Kann ich das? No. Aftermath crossing the dog yard brings you to the entrance of the Dread prison catacombs, where the majority of the prisoners are held. Griselda is shot in sight. Na ja. Okay. Hey, das haben wir noch einen Common Divine Skill. Schau. Limited Heal, Sure Blessings. Holy Presence zweimal. Und Mind League. Und da haben wir Holy Presence, Limited Heal und Sure Blessing. Äh, Sure Strike Blessing. Hm. Ich weiß nicht. Was kann das? Pullman's Mail. Nichts kann das. Ah, das ist auch nicht so gut wie das, was wir schon haben. Hm? Hm? If you free the Baron's daughter, perhaps she and Durkan might like to hang out sometime. Warum? Durkan is an Zwerg. No one has escaped the prison in 20 years. Imagine Warden Goral surprised to find that someone has broken in. He will seek retribution for this outrage. He has a small retinue of servants and a fanatical loyal hound named Scar. Scar, who has a bespoke chainmail suit, making him even tougher to harm than the dogs you have faced thus far. You hear Griselda's faint cries for help from nearby, for the house morten to battle. Ah, okay. Wir wollen uns zusammen. Ah, weckere Griselda. Warden, Warden, that's them. Screams the snivelling servant. Stand back, Knob. Scar and I will punish these criminals. Ich glaube, ich werde den Worten jetzt erledigen. Hm. Der geht mich echt an. Der macht nämlich immer diese Dings. Also mit dem kann ich ihn ein für allemal... Ja! Okay. Okay, das ist der Hund. Wo den Goral? Ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist auch gut. Hm. Machen wir mal ein paar. Sehr gut. Das ist ja noch besser. Dang ihn. Hä? Au? Wer ist da auf? Das ist ja ekelhaft. Ja, der passt. Das ist gut. So. Das bedeutet... Wir müssen diese Leute irgendwie in Position bringen und sie am besten ein Stück weg. Okay. Ah, das war ein Fehler. Mist. Sie hätte neben ihr stehen bleiben sollen. Interessant. Was? Ich höre es drauf. Wir können das auch. Wenn du drauf haust, haben wir auch drauf. Wir hauen sogar noch fester drauf als du. Wir machen uns hochfest drauf als du. Wir haben die ersten Front. Ah, das will ich eigentlich fast gar nicht machen. Aber andererseits... Sonst kann der nächste Runde noch was anfangen, oder? Hm. Ich bin droned. Ich bin droned. Cowardly. Nur sowas. Discard, ohne Attack Cards. Das ist ja gut. So. Wie viele Schaden? Das Punkte kann der noch einstecken. Drei. Okay. Das heißt, wir machen... Hm. Wird der Hund auch näher kommen, oder? Müssen wir zu ihm gehen? Hm. Hm. Nachdem er alle Attack Cards entfernen musste. Ich dachte, er muss alle Attack Cards entfernen. Ja. Aber der kann nichts mehr machen. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt bringt das Viecher mal. Schaden. Noch mal Schaden. Noch mal Schaden. Und... Tschüss. Das war jetzt nicht wirklich so schwer. Das war jetzt nicht wirklich so schwer. Onboard. Yay! Monster slain. Prisoners rescued. Treasure looted. Pew. Let's crack open a celebratory bottle of soda. Okay. Okay. Auf euch. The defeated Warden Gorald has a set of keys on his belt, which open the cells throughout the prison. You discover Griselda in a cell nearby, unmolested but bedraggled. She is overcome with relief at her rescue and promises great rewards upon her safe return to her father. Rewards you have truly earned. Okay. Number 6 für Durkern. Wir können jetzt einen Hegel aufsetzen. Number 6 für was Wurz. Wir können einen... ...und... Level 6 für Roy. Das Miet. Okay. Heavy green roots. Shiny earrings. Ähm. Kann ich gar nicht verkaufen? Ah. Da kann ich gar nicht verkaufen. Ah oh. Ja, 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 ja. Okay. Nehmen wir alles. So. Eher schaffen wir schauen uns das nächste Mal etwas genauer an. Beziehungsweise ich schaue es mir jetzt an. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was schönes. Bis später. Schlaft gut. Tsch. Tsch. Tsch.